Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag gewaltsam in die Fugtland-Bibliothek an der Neuendorfer Straße in Plauen ein. Nach ersten Auskünften entwendeten die Täter zwei Computer im Wert von rund 1.000 Euro. Der von den Einbrechern hinterlassene Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Die Polizei in Plauen sucht Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die in der Umgebung der Bibliothek aufgefallen sind und mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten.